Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, dass ich jetzt gerade zum zweiten Mal aufnehme, weil bei diesem Video hat sich noch eine kleine Erinnerung gemacht und das wollte ich jetzt unbedingt noch reinbringen. Deswegen werfe ich jetzt die schon angefangen zu schneidende Version so quasi weg und zeige euch die jetzige, wie sie halt so ist. Und worum soll es gehen? Es geht um ein EDC. Viele von euch werden jetzt denken, was zur Hölle ist ein EDC? Ist das ein Eis? Was zu essen? Kann man das... keine Ahnung, irgendwas? Ein EDC, das habt ihr alle, nur nicht alle so ausgeprägt wie wir. Wer sind wir? Darauf komme ich noch zu sprechen. Für alle, die es jetzt ums reine EDC geht, ich werde irgendwo die Zeit hinpacken, wo ihr direkt zum EDC springen könnt. Genau, ein EDC ist das, was ihr täglich dabei habt. Es ist nämlich Englisch, heißt Everyday Caring. Kommt hauptsächlich aus der USA, wenn man so will, diese richtige Begrifsausgabe, Begriffsbezeichnung. Aber die meisten von euch werden als EDC haben ihr Handy, was ich gerade für Filme nutze, Schlüssel und Geldbeutel. Und die Leute, die sie ein bisschen mehr ausführen, die werden halt viele Sachen dieses tägliches Leben noch mehr vereinfachen, sich zuholen, sich in ihre Taschen stecken, in ihren Rucksack, in ihr Auto, um eben ihr Leben einfacher zu machen. Genau. Dazu gehören meistens Sachen wie Taschenlampen, Taschenmesser, kleine Spielereien, sowas. Fangen wir einfach mal an und ich würde meine Hände ganz schön zerschrampft vom letzten Waldaufenthalt. Ich habe ja letztens, ich will generell ein bisschen mehr in diese Richtung gehen, weil in meinem Kanal neben den Let's Plays noch war ja letztens der Wald und daher sind die noch so ein bisschen... Ah, ihr wisst ja. Fangen wir einfach mal wirklich an mit dem, was jeder dabei hat. Das hängt da oben, nämlich mein Samsung Galaxy S7 Edge in einer relativ robusten Hülle. Dann, was auch jeder dabei haben sollte, ein Schlüssel. Ich habe ihn separiert in meinen Hausschlüssel, Fahrschlüssel und einmal den Autoschlüssel mit dem Schweizer. Wild ist bald die hier alle in den Kiba, wer es kennt, hängen und die einzelne tragen, weil wenn es eins fehlt, ist es besser, dass nicht beide fehlen. Genau. Legen wir mal da hin. Ich hoffe, man kann so alles sehen. Ja, ich hoffe es. Einfach mal. Ja, was sieht meine Hand da noch? Mach mal einfach mal so. Mach mal so. Als nächstes, was auch jeder dabei hat, ist Handy. Genau. Geldbeutel, da fängt es schon an. Was anders bei mir ist, als bei den meisten von euch. Nämlich habe ich so einen, wie soll ich sagen, Kreditkarten-Geldbeutel, die jetzt meistens sind aus der USA, tragen mittlerweile auch mehrere Leute hier. Auch Leute, die sich mit der EDC-Bewegung nicht so gut auskennen. Das ist der Travex Original, completely made in the USA. Und ich werde jetzt erstmal die Karte, die hier vorne drin ist, mit dem Führerschein austauschen, damit, ähm, ja, damit ihr nicht seht was. Ja, vor allem damit ihr mein scheiß Profilbild, also Passbild darauf nicht seht. So, jetzt hau ich da am Anfang direkt einfach mal meine Konami-Karte rein, vom Yu-Gi-Oh!-Spielen. Äh, wozu braucht man sowas? Brauchen tut man's nicht. Ist einfach nur viel leichter und viel kleiner, robuster und schlanker, wenn man's in der Arsch, Tasche oder irgendwo anders stecken hat. Dann fällt's nicht so ein, auf und da passen Karten rein und hier hinten kann man Scheine reindrücken. Ich bin zu arm, deswegen hab ich grad keinen drin. Nein, ähm, hab halt nicht immer Scheine dabei. Genau, gehen wir weiter. Ich hoffe, man sieht so alles. Ja, sollte aber. Äh, gehen wir mal zu den Sachen, die nicht die meisten von euch tragen werden. Das werden wir vielleicht noch mehr haben, aber immer noch nicht die meisten. Nämlich ein Feuerzeug. In meinem Fall ein Zipo. Sieht ein bisschen seilisch aus. Von Harley-Davidson. Also, was heißt von Harley-Davidson, aber mit dem Motiv. Und, ähm, warum Zipo? Einmal, es gibt genug Leute in meinem Umfeld, die rauchen. Ich persönlich zwar nicht, aber ich find's auch immer gut, einen Weg dabei zu haben, Feuer zu machen. Meistens eben, um ein Kumpel, der raucht, ein Feuerzeug zu geben. Ganz simpel. Auch wenn ich kein Raucher bin, man ist doch freundlich. Was haben wir als nächstes? Als nächstes haben wir mein Messer, das ich dabei hab. Nämlich mein Schweizer Taschenmesser. Das ist das Modell Tinker. Eigentlich das Standard-Schweizer Taschenmesser, statt dem Korkenzieher mit einem Kreuzschlitz. Warum? Es ist wirklich sehr nützlich. Ich war in London letztes Jahr auf Studienfahrt. Und alle meinten so, ja, Dennis, warum hast du ein Messer dabei? Das braucht doch kein Schwein. Gut. Tag später haben sie schon siebenmal ausgelegen gehabt, weil es doch nützlich war. Man braucht es nicht unbedingt. Ich sag, man kommt auch gut durchs Leben. Das ist gut. Man kommt durchs Leben durch ohne. Aber sobald ihr mal eins dabei habt, werdet ihr merken, dass man es für viele, viele kleine Sächelchen benutzen kann. Ja, die halt sonst etwas aufwendiger wären. Was hab ich noch dabei? Meine Taschenlampe, das ist die Nightcore MA20. Das ist ein wunderschönes Stück mit verschiedenen Lumenmodi, die je nach Batteriezustand auch gehen. Ich glaub, jetzt gehen grad nur vier von fünf. Ich benutze aber eh meistens nur den zweiten, weil tausend Lumen braucht man normalerweise nicht. Fünfzig sind ja schon besser. Einfach warum? Wir haben zwar eine Taschenlampe dabei, also im Handy meistens, aber es ist einfach viel zu friedlich, immer das Handy aus der Hosentasche rauszuholen, die Taschenlampenfunktion anzustellen und es saugt fucking viel Akku. Deswegen bin ich auf Taschenlampe ungestiegen. Sie sehen außerdem noch sehr cool aus, finde ich. Haben viel höhere Leistung. Sind in dem Fall auch Micro-USB ladbar. Also kann ich sie überall laden, weil Micro-USB kann man sie überall. Ja, also sind super, super, viel besser sagen wir auf jeden Fall mal als die Handytaschenlampe. Als nächstes, was haben wir dann noch? Wir haben in meiner Hosentasche noch ein paar Glücksbringer, zu denen unter anderem ein kleiner Block gehört, den ich mal bekommen habe. Das war von wegen, fahre ich nicht schneller als ein Schutzengel fliegen kann. Ich fahre 200, bis jetzt kann der Schutzengel noch ganz gut mitfliegen. Eine 7,62x51er Patronenhülse aus einer G3. In anderen Ländern darf man sowas ja noch schießen. Was habe ich da noch dabei? Ich habe einen Gürtel von MD-Textil an, den ich euch jetzt nicht zeigen würde, weil sonst wird es irgendwie ein bisschen zu awkward werden. Was ich euch noch zeigen werde, ist mein Bandana. Stimmt, das darf ich jetzt nicht vergessen. Bandana ist ein Hals-Kopftuch gedünst. Kann man als das beides verwenden. Als Hals-Kopftuch, als Kopftuch. Hat eigentlich viele Verwendungen. Im Notfall kann man damit sogar, was weiß ich, es ist ein Baumwolltuch. Mit Baumwolltuch, da gibt es zig Videos auf YouTube, wo ihr euch anschauen könnt, was ich damit alles anstellen kann. Es ist halt einfach, lasst eure Kreativität freien Lauf von Sonnenschutz, Hals-Windschutz, Gedöns über, keine Ahnung, irgendwas zusammenbinden. Geht mit solchen Teilen auch grobem Schmutz aus Wasserfiltern. Wenn man jetzt mal ein paar von euch dieses Video sehen, werden vielleicht so ein bisschen survivalischer, taktischer denken. Geht auf jeden Fall vieles und ist vor allem auch ein schönes Stilmittel. Auch wenn es bei mir schon mittlerweile sehr verkrampelt ist. Ihr wisst, das ist meine. So, zusammengefaltet. Was habe ich noch als last but not least? Okay, es ist das letzte Stück also. Sitzt sehr stiff am Gürtel in einem Inside-Wasteband-Holster von MD Textil. Auch wenn mir eine Schraube mittlerweile abgefallen ist, weil ich sie nicht oft genug nachgezogen habe, beziehungsweise jetzt vergessen habe, wie ich damit gerechnet hätte. Ist mir die äußere Schraube weggefallen. Muss ich mir mal nachkaufen. Sitzt aber immer noch super fest. Vor allem, dass sie eh durch den Guardian Angel zusammengedrückt wird. Was ist das? Für die, die es nicht kennen, die unter EDC-Leuten ein bisschen bekannter sind, werden wissen, was es ist. Es ist eine Pfefferpistole von Guardian Angel. Also der Guardian Angel von der Firma Pixion aus der Schweiz. Es ist ein Tierabwehrgerät, in Deutschland zugelassen, ab 14 Jahre, ihr dürft es führen. Es zählt nämlich nicht um das Waffengesetz. Und es verschießt zwei... Warum? Ganz einfach. Bei uns... Also ich habe keine Angst vor, im Gegenteil, ich liebe Hunde. Ich bin selbst, möchte jetzt Hundestaffel bei der Polizei und bin auch mit Hunden aufgewachsen, liebe Hunde wirklich. Aber auch wenn ich noch nie von einem Hund angefallen wurde, oder von einem Tier generell, ist es besser, sowas dabei zu haben. Besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Und im Notfall kann man es natürlich unter § 33 natürlich nur im äußersten Notfall noch als Selbstverteidigungsmittel benutzen. Ist, finde ich, besser als diese typischen Spraydosen. Auch mit Sprühstrahl oder mit Gel. Finde ich sowas, was man besser zielen kann, meiner Meinung nach. Das ist immer meine persönliche Präferenz. Und darüber werde ich vielleicht auch noch ein Video machen. Das ist so, was ich immer in meinen Taschen habe. Habe ich noch was vergessen? Ne, manchmal gibt es noch ein, zwei Sachen mehr. Aber damit habe ich eigentlich alles abgedeckt. Ich habe den Weg, gutes Licht zu machen, meine Hausschlüssel, meinen Geldbeutel, ein bisschen was Feuer machen, Klinge ist dabei, Abwehrmittel ist dabei und Bandana. Ich finde, das ist eine gute Basic. Ich hatte früher viel, viel mehr Zeug dabei. Ihr könnt auf meinem privaten Instagram-Account, wenn ihr ihn findet, da mal schauen. Vielleicht werde ich da auch mal sowas machen auf meinem öffentlichen Instagram-Account, wo ich mich entschieden habe, den jetzt auch öffentlich auf diesem Kanal zu zeigen. Da werde ich da vielleicht mal so einen Vergleich machen zwischen früher und heute. Ja, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen, euch gefallen diese Art der Videos, auch wenn sie anders sind als die Let's Plays. Ich wollte ein bisschen mehr von meinem Leben einfließen als von meinen Hobbys und ja, eben diesem EDC. Der erste Schritt dazu war das Let's Blade mit dem Ronin, Heikos Beißern. Ja, natürlich, was ich noch habe, fällt mir gerade ein. Ich trage noch ein von einem Kumpel geknüpftes Paracord-Bracelet aus 55er Paracord. Hat er mir geknüpft. Sehr lieb. Oh, zwei sind es als Zillinge, die es mir geknüpft haben. Richtig lieb von den beiden. Es trage ich immer um den Armband. Wozu? Es ist eher ein Schmuckstück. Im Notfall könnte man es natürlich aufschnüren und hätte, ich glaube, 5 Meter Paracord drin. Aber es ist halt hauptsächlich kleine Deko, die man um den Arm trägt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, wie gesagt, lasst ein Like da, Abo. Es werden mehr solche Videos kommen, ob es euch gefällt oder nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.